Geh weg! Was du willst? Hör auf mit den Kameras! Du filmst die Frau Grimmerie! Was soll das? Gib's auf die Fresse! Gib's auf die Wiese! Mach die Kamera auch klar! Ein Wochenende. Ich hab zwei Tore gemacht. Zwei wunderschöne Tore in die Bundesliga. Was? Gegen Hamburg? Nein, da war keine andere Mannschaft auf dem Platz. Da waren nur wir alleine. Da war nichts. Diese Hamburg, die ist wirklich eine große Katastrophe. Die haben rausgeworfen die Brüschhagen und dann haben sie auch rausgeworfen die Toten. Und jetzt die ganze Klub ist tot. Ist mausetot. Die Fisch, die riecht immer mit den Kopf. Aber die Fisch Hamburg, die hat gar keine Kopf. Die ist nur stinkt. Ganz ehrlich. HSV, diese Klub, die muss absteigen. Die muss gehen in die zweite Liga. Weil die infizieren ganze Bundesliga mit ihrem Kackfußball. Das ist unmöglich ist das. HSV, Hamburger Sportvirus. Dagegen hilft auch kein Zäpfchen. Dagegen hilft gar nichts. Wenn Frank Grimmerie sieht diese Bundesliga. Ich will sofort einen neuen Vertrag bei den Bayern. Ich werde bald 35. Aber auch mit 65. Ich kann in dieser Liga noch spielen. Da bin ich immer noch die Aggressive. Immer noch die Penetrante. Immer noch die Schnelle. Mit dritten Zähnen. Aber egal. Ganz ehrlich. Die stärkste Konkurrent in der Liga von den Klub Bayern. Das ist nicht dieser Schade 04. Oder dieser Leberkuchen. Oder dieser Borussia Sportbund. Die stärkste Konkurrent von den Bayern. Das ist im Training unsere B-Mannschaft. Sogar die Traditionsmannschaft von den Klub Bayern. Mit Karl Rummenigge und Kai Pflaume in den Mittelfeld. Ist stärker. Ist besser als alles andere in dieser Kack-Liga. Diese Bundesliga. Das ist wirklich eine große Katastrophe. Überleg. Vielleicht nächstes Wochenende. Wir werden schon Deutsche Meister mit den Klub Bayern. Überleg mal. Im März. Deutsche Meister. Da machen wir Auto Corso mit den Cabrio draußen. Und von oben kommt die Schnee. Bescheuert. Yes. Wir spielen in Champions League. Wir spielen gegen Belziktas. Mit den Klub Bayern. Und da gibt's für die Gegner. Gibt's auf die Fresse. Gibt's wieder. Auf die Visage. Wer macht Kaputti? Wen hinspielen wir mal? Wir fliegen in Türkei nicht mit Lufthansa. Wir fliegen mit türkischer Fluggesellschaft. Wir fliegen mit Dönerhebab. Was? Ah doch nicht. Wir fliegen mit Erdogan. Was ist der Unterschied zwischen einer Türke und einem Bayern? Wenn die Türke spricht Deutsch, ich kann besser verstehen. Neulich, mein Ami aus Marseille hat gesagt, wieso, Frank, wieso hat Ahmed kein Schachbrett? Und ich hab gesagt, weil Arafat kein Fahrrad hat. Aber genug mit schlechten Witzen. Ich muss jetzt in die Champions League. Spiel für die Klub Bayern. Und ich muss mich konzentrieren. Also, wir sehen uns. Au revoir. Konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Ja, Freunde. Die Frage, die ich euch heute stelle und bin gespannt auf eure Antworten. Soll und muss Frank Ribri einen neuen Vertrag bekommen? Oder ist er für die Bayern schon zu alt? Schreibt's in die Kommentare. Außerdem diesen Clip gucken oder wenn ihr Bock habt, den Clip gucken. Und natürlich Kanal abonnieren, damit wir auch irgendwann mal 100.000 Abonnenten kommen.